Der andere Kameramann ist als Herr der Linie. Er war früher mal elf. Und jetzt ist es noch besser. Jetzt haben wir es gerade gehört. Jetzt können wir es dann noch besser. Wir beginnen mit dem Kuhreiger. Vielleicht können wir hier ein paar Alpgeräusche freuen. Können wir so ein bisschen... ... und Hasel und so. Gut, also jetzt Lolli. Erst mit der Musik anfangen. Sie schmeidet ihn auf, wenn sie es sehen, dass das gar kein wichtiges Konzern ist. Also, stellt euch vor, das ist Dornhalle. Nicht Dornhalle. Dornhalle. Okay. Okay, here we go. Was jetzt ganz los? Es war. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, hey! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.